Hallöchen liebe Freunde herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch zeigen wie man diesen wunderschönen Brunnen baut. Er hat viel Licht wie man sieht. Also heißt in der schönen Dunkelheit sieht man diesen wunderschönen Brunnen einfach nur leuchten. Wir werden nicht weiter schnacken wir werden jetzt einfach mal bauen. So liebe Freunde auf jeden Fall jetzt bauen wir unseren schönen Brunnen hier nach. Was ihr da benötigt sind auf jeden Fall Steine. Dann würde ich sagen nehmen wir Closedown. Closedown ist immer gut. Steinstufen, da benutze ich gerne die glatte Steinstufe weil es rein optisch einfach geil aussieht. Dann brauchen wir natürlich auch noch Treppen. Treppen da benutzen wir die Sandsteintreppe oder Sandsteintreppe genau. Dann nehmen wir noch Sandstein allgemein. Sandstein genau das da ist das und Sandstein Stufe obwohl die Mauer die Mauer können wir auch noch nehmen. So genau dann brauchen wir noch Wasser. Was brauchen wir noch dabei? Das ist eine gute Frage. Wir brauchen auf jeden Fall vielleicht noch Fackeln oder Laternen. Laternen sind auch noch nicht schlecht. Genau. Ich würde sagen wir gehen jetzt hier einfach und suchen uns hier ein Punkt aus der Mitte und gehen. Also ich zum Beispiel sind das jetzt 2 4 6 8 10 10 Blöcke hoch. Genau jetzt gehen wir davon weg quasi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 So haben wir quasi schon mal unseren kleinen Umriss den wir bauen. Genau. Gehen wir hier an jede Seite machen wir jetzt noch mal einen Blockrand und gehen dann hier und hier immer 2. Also quasi 2 hier nach rechts und dann von der Seite ebenfalls 2 nach links. Das wir quasi diese Ecken kriegen. Dann sieht das ganze so aus. Das würden wir jetzt aber mit Blowstone bearbeiten. Damit das dann quasi so einen Kreis ergibt. Genau. Genau. So. Jetzt gehen wir weiter. Jetzt werden wir die glatte Steinstufe nämlich nehmen. Umranden das. Einmal ringsherum hier. Damit es einfach diesen Effekt ergibt. Dass man dann quasi von vorne aus drauf laufen kann sozusagen. Und dann machen wir das mal so. Dass wir überall in die Ecken nochmal eins dran machen. Genau. Und wir können auch so machen. Wie ist denn gut aus? Ne. Okay. Wir lassen das so. Ne. Ne. Wir machen hier nochmal eins dran so. Dann sieht das nämlich so aus. Jetzt geht es nämlich los, dass wir uns Steintreppen nehmen. Sandsteintreppen so rum. Setzen einmal die Sandsteintreppe. So eins nach außen. Und gehen hier quasi einmal ringsherum. Und das Ganze. Damit das dann quasi einen schönen Kreis ergibt. Sobald wir das nämlich getan haben, geht es dann gleich natürlich weiter. mit dem Innenkreis. Dass wir den Innenkreis auf jeden Fall schön nach oben bauen werden. Sodass es einen schönen Brunnen ergibt. Ich baue das nur kurz hier fertig. Und dann geht es schon weiter. So. Das haben wir doch schon mal. Das ist doch schon mal gut. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Genau. Jetzt machen wir hier mit den Sandsteinen Stufen. Gehen wir hier rein. Setzen die hier oben drauf. Dann sieht das so von innen aus. Genau. Von außen sieht das immer noch so aus. Jetzt gehen wir nach innen. Jetzt nehmen wir uns die Sandsteine. Den normalen Sandstein. Dann gehen wir quasi hier zwei hoch. An jeder Ecke. Dann sieht das so aus. Dann nehmen wir uns eine Sandsteinmauer. Platzieren die hier drin. Und an jeder Ecke hier kommt eine Sandsteintreppe. Dann sieht das nämlich schon mal so aus. Jetzt können wir die Laterne hier platzieren. Dann sieht das so aus. Jetzt werden wir nach oben gehen. Das heißt, wir nehmen uns die Sandsteintreppe. Bauen überall, also eins platz lassen über der Laterne. Eine Treppe hin. Dann sieht das so aus. Wenn wir das haben, gehen wir weiter. Mit einer Sandsteinstufe. Die wir über die Laterne platzieren. Damit das Wasser auf jeden Fall die Laterne nicht trifft. Jetzt würde ich mit Sandsteintreppe auf jeden Fall weitergehen. Würde so hier, so und so einen dransetzen. Dass das so aussieht. So als richtige Treppe sozusagen. Genau. Und dann hat es doch schon mal einen schönen, einen schönen, einen schönen Look. Das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Jetzt gehen wir mit unserem Sandsteinblock. Hier außen lang. Sitzen hier jeweils immer eins dran hinten an die Treppe. Und gehen eins zur Seite. in jede Richtung. Und sieht das so aus. Wenn wir das haben, setzen wir noch einen hier in die Mitte. So. Da haben wir nämlich hier so jetzt die Lücken. Jetzt nehmen wir uns die Sandsteinstufe. Setzen die so hin. Damit das Wasser quasi hier so drauf fließen kann. Nach unten. Und sich hier so verteilen kann. Das sieht dann auch schon mal gut aus. So. Und jetzt könnte man sagen. Genau. Das Wasser muss dann ja hier unten. Das heißt, wir gehen jetzt hier oben weiter. Setzen hier darüber. Jeweils in eine Ecke. Eine Sandsteintreppe. Das ist quasi von diesem Block zwei nach oben und bei dem zweiten Block an die Oberkante setzen. Genau. Jetzt geht es natürlich weiter. Wir wollen daraus einen kleinen Kreis bauen. Wir nehmen immer noch die Sandsteinstufen. Genau. Dann sieht das so aus. Wenn wir das haben, nehmen wir uns die Sandsteintreppe setzen die nach innen drauf. An jeder Ecke. Dann sieht das so aus. Hier kommt jetzt eine eine Sandsteinmauer drauf. Oder hinten dran. Sagen wir es so rum. Und hier an die jeweiligen an die jeweiligen Ecken ebenfalls. Genau. So, da haben wir das nämlich so. So, sieht das so aus. So aus. Genau. Jetzt können wir hier noch eine Laterne jeweils hinsetzen. Damit das ein bisschen Licht ergibt. Und hier von gehen wir so und platzieren hier eine Mauer und machen hier Oh, nee, das ist zu viel. Okay. Dann nehmen wir hier die Mauer weg. Müssen leider hier jetzt die Mauer drauf setzen und platzieren jetzt mit Shift ein Wasser einmal hier drin. Und dann sieht das schon so aus. Das ist doch schon mal ein schöner Brunnen. Jetzt muss man hier unten quasi Wasser noch ein bisschen auffüllen. Genau. Und damit das in jede Ecke hier quasi aufgefüllt ist. Aber warum geht das hier eigentlich nicht? warum es ist jetzt so, dass es so aussieht und nicht anders. Stimmt, weil das Wasser vielleicht noch nicht oben abgeflossen ist. Okay, dann machen wir das noch mal. Muss das Wasser erst mal ein bisschen abfließen. Wir machen zuerst hier unten Wasser rein. überall. Genau. Und jetzt setzen wir hier ein Wasser einmal drauf. Genau. Da sieht das nämlich so aus. Und genau so muss es aussehen. Das sieht doch schon mal schön aus. Das kann man natürlich noch Laternen hier außen überall draufsetzen, wenn man das möchte. Um einfach den den Brunnen auch ein bisschen zu behellen. Aber so im Ganzen sieht das doch schon schön aus. Ja, liebe Leute. Wenn auch ihr diesen Brunnen nachbauen möchtet und mehr Tutorials davon sehen möchtet, lasst gerne ein Abo da und ein Like würde mich auf jeden Fall sehr supporten. Schön, dass ihr auf jeden Fall eingeschaltet habt. Und lasst einfach nichts da. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Auf Wiederhören. das ist 5ré either. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020